3-1 für Deutschland und da kommt von rechts die Flanke zu weit gezogen. Eigentlich aber Klaus Fischer liegt schon fast in der Luft, erwischt den Ball perfekt und schießt das Tor seines Lebens an diesem 16. November 77. Das will was heißen, denn der Schalke-Söldner hat ein Abo auf Bilderbuch-Tore, aber hier, da gibt er es selber zu. Dann habe ich es optimal getroffen und ich glaube auch sagen zu können, dass das das schönste Tor war, das ich gemacht habe. Das war eine schlechte Flanke, weil die für den Kopfball eigentlich zu hoch war und ich den Ball ja nur mit einem Fahrzeug zu erreichen konnte. Na und, trotzdem traumschön, oder? Vier eigene Bodyguards, zwei Jahrzehnte lang ist Fischer bestbewachter Mann der Liga. Immer effektiv und wenn es nur so geht, dann legt er eben auch vor. Kein Abstauber, ein Kämpfer eben, mit untrüglichem Torinstinkt. Das Publikum liebt ihn, besonders auf Schalke. 268 Mal trifft er in der Bundesliga, 182 Mal für Schalke und wer hier nach Klaus Fischer fragt, hört das. Mit dem Fallrückzieher. Ja, genau. V-Rückzieher, mehr weiter, ich weiß nicht so. Es kann nur ein erstes Fußball-Idol geben, das war Klaus Fischer in meinem Leben. So schöne Tore habe ich nie wieder gesehen. Ohne Autogramm ließ er mich einfach stehen. Falls hier in allen Varianten, alte Herren 2003, Klaus Fischer, Tor des Monats. Sonst noch Fragen? Sonst noch Fragen?